Moin und Freunde, ich komme hier wieder zurück zu Oxygen. So, jetzt, nachdem wir ja die eine Planfolge hatten, kann ich hier wieder ganz entspannt weiter aufnehmen. Äh, wo, aber die Frage ist, wo war ich denn stehen geblieben? Erstmal können wir hier oben, einfach weil, weil wir es können. Ja, so. Hier haben wir es ja auch gemacht. Äh, so, wann geht das Ding weiter? 20 Zyklen. Das wird knapp, ne? 20 Zyklen, die gehen gleichzeitig aktiv. Gut. Äh, wir haben ja hier weiter geplant. Wo ich dann... Ich bin halt bei Chlorgas-Schutz so unsicher, ob ich den benutzen soll. Wo ich mir dann aber auch so denke, so Chlorgas kann man aber auch geil benutzen. Ähm, ja, hier sind wir schon am Rand der Map. Da geht es irgendwann runter. Aber hier irgendwo noch Neutrium mittendrin? Ich glaube nicht, ne? Da hatte ich damals, glaube ich, schon alles abgesucht. Okay, das heißt, wir, äh, ja, ich werde da erstmal keinen normalen Gasieren. Also ich werde auf jeden Fall Wasserquellen benutzen brauchen müssen. Für das, was ich an Sauerstoff hier verbrauche. Uff. Ähm. Ja. Strom. Bekommst du jetzt gerade aus irgendeinem Grund keins? Weil da hat ein nettes Stromnetz da oben abgekappt ist. Aber hier haben wir noch... Haben wir Kohle? Wir haben keine Kohle mehr, wa? Doch. 17 Tonnen. Ja, Jungs. Tue mal versorgen. Unsere Kohle ist alle. Äh. Versorgen, versorgen. Haben wir doch zwei hier. Versorgen, bauen. Und Lager. Ja, macht mal. Wir brauchen Strom. Uff. Äh. Wie sah das denn jetzt hier aus? Sanitär. So, warte mal. Das geht. Da rein, wird dann da rauskommen. Das heißt, der füllt sich gerade. Gut. Äh. Ja, das könnt ihr mal mit einer Priu von 5 hier bauen. Da fangt ich nämlich erst gar nicht an, unten weiterzubauen. Lul. Lul. Ähm. Und dann muss ich... Alles, was... Hier reinkommt. Boah. Das wird jetzt schwierig. Ich muss ein neues Rohr bauen. So. So. Und so. Dann wird das automatisch da hinkommen. Das würde dann... Ja, das da nicht. Nice. Jetzt hat das natürlich komplett abgebrochen. Äh. Das würde dann so sein. Das würde dann da rangehen. In der Hoffnung, dass das alles jetzt richtig läuft. Warum ist hier zu wenig Wasser drin? Kein Strom. War ich denn jetzt den Strom schon wieder abgestellt? Das hat doch alle Strom. Das Ding hat Strom. Hä? Die laufen auch. Warum läufst du nicht? Auch jetzt läufst du. Kannst du sagen. Hä? So. Und da wir das jetzt da haben, können wir... Pass mal auf. Quatsch. Können wir... Das hier zerlegen. So. Und das nämlich zerlegen. Das läuft dann nach da oben. Da kommen sie... Kommen sie da dran. Ja, kommen sie. Ähm... Ja, der kriegt ihn irgendwo von unten. Dann haben wir da auch einen Kreislauf. Schon mal. Ja, Punkt bin ich in Flüssigkeit. Noch 18 Zyklen. Hier ist halt ein Eisenhulkan. Der wäre halt ganz geil, wenn wir den aufbauen könnten. Oh. Machen wir natürlich jetzt gerade mal mit Prio 1. Dann würden wir da natürlich wieder ein bisschen Chlorgas freisetzen. Aber... Zwei können die klettern. Im Moment wäre das gerade relativ egal. Können wir den Vulkan nämlich wenigstens hier auch freisetzen. So. Obsidian. Da wird einfach Obsidian gebildet. Ja, moin. Ja, guck mal. Die sammeln jetzt hier unten natürlich ein Stuff auf. Kohle können wir hier noch abbauen. Haben wir auch nur noch 16 Tonnen Kohle. Shit, ey. Ja. Dann kommt das mit dem Erdgas hier an der Reihe. Blüpp. Du erstickst gerade. Ist dir das bewusst? Ist dir bewusst? Warte mal, als ob... Loll. Was ist das alles hier? Ist jetzt uncool, dass die da unten... Oh mein, die kommt da gar nicht mehr nach. Die kommt da gar nicht mehr hoch. Scheiße. Ja. Boah, die scheiß Leiter dahin. Ja, Strom ist wieder aus. Uff. Ich komme halt nicht hinterher, ne? Ich muss halt wirklich mal schauen, wegen dem blöden Kram. Nehmen wir das. Wegen den Fertigkeiten. Keiner macht es wirklich versorgen, ne? Warum hat der so viel Moral, Alter? Dann hat mal Zeit Interested Skill learned. Waschraum, Baracke, Duplikant. Yo, Alter. Und ich der mit dem meisten Moral, ne? Krass, ey. Einigung. Einigung. Hier unten müssen wir auf jeden Fall... Ja, der Gasfilter ist auf jeden Fall jetzt wichtig. Ich glaube, das ist schon mal ganz geil, dass wir dann da mit einer neuen arbeiten. Aber irgendwie müssen wir auch... Hier. Ich glaube, da oben sollte mal ganz dringend Strom produziert werden. So, Bakterien. Bakterien. Eigentlich so gut wie nichts, ne? Bis auf hier. Dieses Stückchen. Das ist halt gemacht, weswegen... Und da unten ein bisschen, ne? Hm. Kein Strom. Na gut, jetzt machen die auch unten erstmal hier alles, ne? Ja, hier unten muss auf jeden Fall jetzt langsam die Gaspumpe an. Damit wir hier Kohlenstoffdioxid und sowas weiter rausbekommen. Hier ist Wasserstoff drin, warum auch immer. Und das Wasser hier oben werden wir ja so oder so einfach so rausnehmen. Reicht ja so. Kein Strom. Ja, wäre mal geil, wenn ihr die versorgen würdet. Jawohl. Und schon läuft das hier wieder. Achso. Ja, wäre mal chillig, wenn ihr alles da auf den Neuen macht. Auch das Graben. Da hatte ich ja gesagt. Wird das... Warte mal. Das würde aber auch mit in den Kreislauf eigentlich dann rein. Eventuell doch ganz schlau. Wie ein Anfang hat mit in den Kreislauf rein zu hämmern. Also zumindest jetzt das von hier unten, weil da ist ja auch erstmal verschmutzt Sauerstoff drin und so eine ganze Kacke. Das bleibt alles auf 1. Jawohl. Das ist immer noch so die Frage, wie mache ich das, ey. Ich brauche echt... Ja, ich muss echt so langsam die Erdgasproduktion, Stromproduktion ranknallen. Das ist halt auch die Frage, wir müssen das Ding auf jeden Fall auch analysieren. Weil... 300 Gramm pro Sekunde... Das tut 400 Sekunden feuern. Das heißt, wir haben... Warte mal. Wir würden... Das ist ja jetzt halt ne... Wir müssen das Ding erstmal analysieren. Dann können wir da besser rechnen. Das hier soll... Erdgas. Wir brauchen auch noch Strom. Denn Strom haben wir ja hier. Ist ja nicht ein Problem. Das Ding da unten braucht auch Strom, ne? Habe ich auch nicht dran gedacht. Die kommen da gerade gar nicht ran. Deswegen bauen die gar nicht weiter. Hupser. Geht schon wieder der Strom oben aus, oder was? Warum? Es fehlt uns schon wieder eine Person. Was? Uff. Oh. Kontakt mit Schleimlunge. Boah. Also die verbesserte Tragfähigkeit. Hm. Hm. Kein Wunder, warum... Äh... ...Versorgung nicht funktioniert. Sollten wir eventuell... ...noch mal wieder jemanden einstellen. ... ...